Gutes Zuspiel. Und jetzt kann Pires vielleicht mal ein bisschen Weg machen. Sieht zur Mitte. Philippe Pires! Ein wunderbares Tor. 1 zu 0. Philippe Pires, guten Ball mitgenommen. Und dann ein Traumtor von Philippe Pires. 1 zu 1. Ausgleich. 1 zu 1. Riesentlicher Traumhaft gespielt auf Philippe Pires. Der nochmals abgelegt und jetzt tot. Und jetzt von Böder, der jetzt hinten fehlt. Schlitzer, Divan. Pires und Coyote gegen Knoblauch. Pires macht selbst Perfekter Konter. 2 zu 1. 2 zu 1. Wieder versucht die Ausredner schnell zu kontern, wieder Glinz, Ideal und Pires hat diesmal die Ruhe beim Abschluss, weil er nicht so weit sprinten musste und den macht er ganz locker. Kein Abseits, die schnellen Pires, Pires mit dem 2 zu 0, die vierte Chance, die sitzt, Pires mit dem vierten Saisontreffer. Die Mannschaft da vorne spielt und das macht sie jetzt auch. Driesenbicher quergelegt, triebend, Pires, das gibt's ja nicht. 2 zu 1 für die Austria aus dem Nichts. Achtung, nächste Möglichkeit und das ist Philippe Pires, es ist 2 zu 9. 2 zu 1. 2 zu 1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 3. Ich kann schnell umzuschalten. Pires, das war wieder mal ein schöner Pass aus dem Mittelfeld heraus. Monschein und das ist der Ausgleich. 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 Monschein und das ist der Ausgleich.